schwere losigkeit das war schon immer so eine geschichte ein traum von menschen in jedem science fiction sieht man das die abschirmung der schwerkraft und irgendwo zu fliegen ich meine im prinzip geht das ja wenn man genügend starke magnetfelder hat kann man sogar wasser fliegen lassen so ab 15 tesla man hat auch mäuse fliegen lassen es geht schon nur solche magnetfelder zu erzeugen das geht nicht so einfach wir haben die energie nicht wir haben die ok aber ich habe ja vor einigen jahren mal ein solches experiment gezeigt ich habe hier noch dieses modul bei mir auf dem tisch liegen da ist ein kleiner prozessor drauf und daneben ist dieser galgen da ist ein verrätstab mit einer gewickelten spule läuft nicht mehr programm habe ich nicht mehr gefunden ich muss das ding neu flächen mit dem programm brauchen wir auch nicht wir haben doch alles auf den rechner und sie haben alles bei youtube internet computer club 2 folge 20 oder schweberegler so schauen sich das an das war bei nrw tv dort habe ich alles gezeigt wie es funktioniert wie es aussieht wie es aufgebaut wird und man kann sehen also eine komplette erklärung dazu ich muss es ja nicht hier laufen lassen das können sie ja selbst zu hause machen so und diese magnet schweberegler das war ein projekt gemeinsam mit elektor elektor hat keine platinen mehr hat keine bausätze mehr gibt es nicht mehr und ich werde immer immer und immer wieder danach gefragt mein teil ist unverkäuflich und was machen sie jetzt dann ist mir im internet etwas aufgefallen in der elektronischen bucht aber ich will mal erstmal zurückgehen in die geschichte wie das mal früher gewesen ist schauen sich diesen eumel hier an das teil ist 35 jahre alt bestimmt das ist damals sehr teuer gewesen und wenn wir hier mal gucken hier in diesem rahmen hier oben an dieser stelle da da ist ein loch und hinter diesem loch da sitzt eine infrarot leuchtdiode und auf der anderen seite ist eine empfängerdiode so da wird also jetzt ein infraroter lichtstrahl quer rüber geschickt den kann ich unterbrechen achtung so und wenn ich ihn komplett unterbreche das ist nicht gut aber wenn ich einen bestimmten bereich unterbreche also den lichtstrahl so etwa zur hälfte abdecke dann gehen unten die lampen an das sind aber nur signallampen es geht hier um diese puppenstuben disco kugel wenn ich die in die richtige höhe bringe lampen sind an kann ich sie loslassen und wenn ich es richtig gemacht hätte würde sie schweben also machen was noch mal das ist immer so ein bisschen problematisch so und sehen die hängt oben haben magneten jede kleinste erschütterung die stört schon dieses sehr sensible gleichgewicht und wenn ich ja ich wackele hier ein bisschen am tisch rum und das ist das problem jetzt muss ich gucken wo es der magnet in der kugel befindet sich ein magnet so aber ich hoffe mal jetzt nicht wackeln so ich gehe mal so ein bisschen zurück also das ding schwebt tatsächlich aber ich habe wieder gewackelt auch stundenlang nur ein starker luftzug und so ja damals ging es nicht anders da hat man eine lichtschranke genommen infrarot damit man nichts sieht und hatte diese lichtschranke und dann genommen um ein magnetfeld zu regeln und wenn man dieses magnetfeld dann richtig nachgeregelt hat dann schwebt die kugel eben heute hat man andere bauelemente holgeneratoren und sowas habe ich hier gefunden schauen sich dieses wunderschöne design teil an es kommt natürlich aus china und warum habe ich gekauft also bestimmt nicht wegen der grenzenlosen hässlichkeit sondern weil es ein magnet schweberegler ist neuester technologie muss man sagen hässlichste verpackung muss man außer und sie sehen da schwebt tatsächlich dieses teil das ist etwas so groß wie eine zigarettenpackung da unter dem magneten den sie ja gar nicht sehen da ist ja oben nur so eine kugel ja und das ding das kostet bei der elektronischen bucht noch nicht mal neun euro mit porter und verpackung da habe ich gesagt gut das muss ich mir ansehen so viele leute fragen nach solchen elementen und wenn man die normalerweise anguckt man muss nach schweberegler oder levitation oder gravitation oder sowas suchen da findet man jede menge aber 50 60 70 80 und bei irgendwelchen spezialanbietern auch 180 euro ist natürlich indiskutabel aber das hier das war für mich diskutabel also zwei gekauft ich muss ja in der regel immer irgendwo reingucken habe diese wunderbare kugel da oben auseinander gebrochen zerstört und heraus kam das hier was ist das nun das ist ein magnet eine spule eine magnet spule mit einem kern und das ist noch ein bisschen heiß kleber in china wird alles mit heiß kleber gemacht und hier unten befindet sich noch ein horn generator ein halbleiter bauelement der unter einfluss eines äußeren magnetfeldes seine eigenschaften also mehr oder weniger strom fließen lässt so und es ist klar wenn ich jetzt von unten hier mit dieser büchse da rankomme zeigen auch dass da wirklich ein magnet drin ist da ich habe das ding auch auseinander gebrochen das ist also ein magnet wenn ich damit da in die nähe komme dann ändert sich die der wert des hall generators das signal vom hall generator wird hier über diesen wunderschönen designten hals nach unten geschickt und hier unten drin befindet sich dann normalerweise abgedeckt also für sie unsichtbar die elektronik die hat man gleich irgendwie vergossen damit es ja keine nachbaut gerade die chinesen haben Angst davor obwohl das macht dann elektroniker im ersten leere ja so eine regelung aber gut man macht hier ein geheimnis zum da sitzt die elektronik so und da habe ich gedacht okay wem also und dieses teil den eigenen geschmack geschmack zerstören würde der kann das ja nun komplett auseinander nehmen die vier drähte die da hoch gehen das ist ja nun kein thema und baut sich ein eigenes gestellt nach wirklich nach eigenem gut dünken jeder hat ja da in der richtung an etwas anderen geschmack wichtig ist man muss ein magnet haben der dazu passt der muss auf die regelung abgestimmt sein aber die kann man auch nachjustieren und die polarität des magneten muss stimmen also wenn jemand das ding auseinander nimmt und dreht diesen magneten jetzt um und steckt ihn wieder rein dann wird er merken funktioniert nicht mehr also nord und südpol muss in der richtigen richtung sein muss zu dem magnetfeld der spule passen jetzt drehen wir es um in die spule muss den magneten quasi abspulten er zieht sich an an den metallkern und die spule arbeitet dagegen und so weiter so das ist alles primitiv einfach sonst könnte man es auch nicht für knapp 9 euro irgendwo im internet anbieten der spiegel hier unten hat überhaupt keinen sinn soll vielleicht nur lustig sein mehr nicht und der rest naja also es ist ja einfach auseinanderzunehmen man kann auch gar nicht so viel kaputt machen oben diese diesen deckel den ich da zerstört habe den kann man einfach zusammen drücken bis er langsam auf platzt und dann aufhebeln und dann kommt dieser krempe raus bei dem original teil das was ich hier habe was ich noch nicht zerstört habe ich muss ja sagen zerstört habe ich ja schon wenn man genau hinguckt sieht man ja hier oben heiß kleber ich habe ins studio gebracht und plötzlich war hier oben dieser arm ab das ist alles so fünftig und so ich habe es dann wieder zusammen geklebt und dann mit heiß kleber noch mal stabilisiert bei diesem teil können wir ja noch mal einen fliegen lassen oder es geht bei mir am besten wenn ich den finger dazwischen halte dann habe ich den richtigen abstand und dann ziehe ich den finger langsam langsam heraus und dann fängt es sich an zu drehen so bei diesem teil ist mir etwas aufgefallen es dreht sich das ist normal das hängt auch mit dem erdmagnetfeld zusammen und mit der spule aber wenn ich jetzt mit der hand hier in die nähe komme nicht berühre kein luftzug plötzlich dreht sich andersrum ich weiß nicht woran es liegt ich mache es noch mal nur in die nähe nicht berühren kein luftzug und jetzt sie sehen der dreht sich unregelmäßig und je nachdem wie ich die hand halte wird er auch schneller das wollen wir noch mal anhalten aber so dass er nicht runterfällt so jetzt habe ich einen kleinen stoß gegeben jetzt dreht das sich wieder andersrum das macht ja auch normalerweise ewig aber sie haben gesehen sobald ich mit der hand in der nähe war da fing er plötzlich wieder an ja komm sei lieb ja er will sobald meine hand in der nähe ist wieder sich andersrum drehen deswegen gelingt es auch nicht ich muss sehen dass ich ihn so jetzt redet sich so rum noch mal nur die magische hand in die nähe er bleibt stehen und jetzt dreht er sich andersrum also es geht auch schneller ich habe keinen magneten versteckt nichts ich bin auch hier nicht metallisiert wenn mir das eine erklären kann würde mich interessieren ist mir nämlich aufgefahren so also für knapp 9 euro aus deutschland geschickt also innerhalb von drei vier tagen ein magnet schweberegler der hässlichsten bauart die es gibt aber mit viel potenzial daraus eine eigene kreative wunderschöne schöpfung zu gestalten und vor allen dingen mit sowas zu spielen und mal zu gucken wie so etwas denn funktioniert ich wollte es unbedingt zeigen weil es kommen so viele nachfragen achso magnetismus dann machen wir auch mal was aber nicht so was sondern ein bisschen was anderes noch interessanter naja er hat schon wieder aufgegeben tat